Fast 400 Jahre sind vergangen, seit in Deutschland der Krieg aller Kriege entbrannte. Blühende Landschaften wurden verwüstet. Millionen von Menschen starben durch Hunger, Pest und rohe Gewalt. Es war eine der größten Katastrophen der europäischen Geschichte. An manchen Orten starben nie zuvor und nie wieder danach so viele Menschen. Albrecht von Wallenstein. Mit der größten Streitmacht aller Zeiten erkämpft er für den Kaiser die Vorherrschaft in Europa. Seine Siege rufen Schwedenkönig Gustav Adolf auf den Plan. Er fordert den Generalissimus zum Duell. Der fromme Wikinger fällt in der Schlacht von Lützen. Wallensteins größter Sieg. Will der Feldherr auf dem Gipfel der Macht sogar den Kaiser stürzen? Oder will er ihm den Frieden diktieren, weil er erkennt, dass der Krieg militärisch nicht zu beenden ist? Ferdinand bezichtigt Wallenstein des Hochverrats, fällt das Todesurteil über den Retter der Monarchie. Was geschah in der Mordnacht von Eger? Nach 15 Jahren Krieg will Wallenstein den Frieden. Doch noch immer sind die Schweden nicht besiegt. Als der Kaiser ihm einen Winterfeldzug befiehlt, fürchtet der Feldherr um seine Armee. Kälte und Hunger würden zu viele Opfer fordern. Wallenstein will Zeit für Verhandlungen gewinnen und verweigert den Kampf in Eis und Schnee. In klirrender Kälte ist der Krieg nicht zu gewinnen. Gegen den strikten Marschbefehl des Kaisers führt Wallenstein seine Soldaten in die Winterquartiere. Eine ungeheure Provokation für den Herrscher in Wien. Man verdächtigt ihn der Sabotage. Plant Wallenstein eine Rebellion? Wallenstein war Unternehmer. Er hatte eine besondere Verantwortung über seinen Truppen und versuchte, seine Truppen nach Möglichkeit zu schonen. Dadurch kam es zu einem grundlegenden Konflikt zu seinen Auftraggebern, die natürlich ein aggressiveres, offensiveres militärisches Vorgehen von ihm verlangten, während er nach Möglichkeit seine Truppen schonte. Wallenstein riskiert die Kraftprobe mit dem Kaiser. Seine Offiziere unterschreiben den Pilsner Revers. Sie verpflichten sich einzig und allein dem Befehl des Generalissimus zu folgen. Dass sie nicht gleichzeitig dem Kaiser die Treue erklären, kommt einer Reichsrebellion gleich, die mit dem Tod geahndet werden kann. Will der siegreiche Condottiere dem Kaiser den Krieg erklären? Zum Haupt- und Regelsführer einer böswilligen Rotte werde er sich aufwerfen, so Johannes Kepler in seinem Horoskop für Wallenstein. Grausame und erschreckliche Verwirrungen könnten sich mit seiner Person verbinden. Ist der Bund mit den Generälen der Anfang? Am Wiener Hof wächst die Kritik an Wallenstein. Ferdinand II. setzt weiter auf Krieg und bangt um seine kaiserliche Autorität. Drahtzieher einer Kampagne gegen den abtrünnigen Feldherrn sind die Jesuiten. Sie bezichtigen ihn, den Krieg schmählich zu vernachlässigen, um dem törichten Gespinst eines Friedens nachzujagen. Was ist dran an den Gerüchten über ein geheimes Komplott des Herzogs? Wie reagiert der Kaiser auf die Verschwörung? Im Bayerischen Hauptstaatsarchiv in München beginnen unsere Recherchen im Fall Wallenstein. Anhand von Dokumenten rekonstruiert der Historiker Christoph Kampmann den letzten Akt im Leben des Generalissimus. Wir wollen wissen, welche Emotionen der Verdacht gegen Wallenstein im Zirkel der Macht auslöste. Kampmann legt uns eine Hetzschrift des einflussreichen Hofpredigers Pater Johannes Weingartner vor. Es ist eines der härtesten Pamphlete, die am Kaiserhof gegen Wallenstein im Umlauf genetzt worden sind und zugleich enthält es all jene Vorwürfe, die gegen Wallenstein typischerweise in diesem Zusammenhang ausgesprochen worden sind. Hier in Absatz 4 beispielsweise heißt es, Wallenstein habe keine Religion und folge ausschließlich Magiern und Zauberern und Astrologen in seinem Vorgehen. Und auf der folgenden Seite wird gesagt, dass es Wallensteins Ziel sei, sich zum Herrn über Krieg und Frieden im Reich ja de facto selbst zum Kaiser aufzuwerfen. Das Zentrum der Macht, Schloss Wallstein im böhmischen Jitschin. Von hier aus regierte der schwerreiche Kriegsunternehmer wie ein absoluter König. Tausend Linden, gepflanzt in wenigen Minuten von tausend Soldaten. Eine drastische Demonstration von Wille und Macht. Die Allee weist den Weg zur berühmten Loggia des Generals, verbindet seinen Palast und die ausgedehnten Parkanlagen. Doch die Architektur seiner Bauten ist mehr als nur Ausdruck seines persönlichen Geschmacks. Wallenstein ließ die Bauwerke nach einem rätselhaften Konzept errichten, behauptet eine Theorie. Im Plan seiner Stadt glauben tschechische Wissenschaftler, die Sternenkonstellation seines Horoskops zu erkennen. Im Mittelpunkt aller Linien ließ Wallenstein seine Palastkirche bauen. Die Türme bilden ein exaktes Viereck, in dessen Mittelpunkt er sich ein geheimes Gemach errichten ließ. Wollte er darin beten? Oder im Schnittpunkt kosmischer Energie die Sterne befragen? Die Kirche wurde nie vollendet. Wie gläubig war der Generalissimus, von dem man sagte, dass er nicht den Allmächtigen um Rat fragte, sondern die Magier? Inwieweit folgte er den Prophezeiungen seiner Astrologen tatsächlich? Seine Gegner dichteten ihm an, vom Rat der Sternendeuter abhängig zu sein und selbst militärische Entscheidungen danach zu richten. Gezielte Intrigen gegen den undurchsichtigen Fürsten? Anders als es heute scheinen könnte, ist Glauben und der Glauben an die Sterne kein Widerspruch gewesen in der Zeit Wallensteins. Man glaubte, dass Gott den Menschen durch die Sterne ihr Schicksal anzeigt und dass sich daraus Schicksale und die Zukunft ablesen ließe. Genauere Untersuchungen haben gezeigt, dass Wallenstein wohl in seinen politischen Entscheidungen nie astrologische Konstellationen als Motiv zugrunde gelegt hat. Vielleicht war Wallenstein besonnener, als seine Zeitgenossen glaubten. Nach 15 Jahren Krieg muss er erkennen, dass militärisch kein Sieg zu erringen ist. Im anhaltenden Krieg gegen die Schweden setzen beide Parteien auf die Strategie der verbrannten Erde, rauben Feind und Volk den letzten Atem zum Überleben. Will er den Frieden, weil das ganze Reich im Chaos versinkt? Im malerischen Mühlviertel in Niederösterreich begeben wir uns auf die Suche nach Spuren vom Leid der Menschen in Kriegszeiten. Hier finden sich bis heute unterirdische Gänge und Höhlen, in denen sich die Landleute vor der marodierenden Soldateska versteckten. Auf dem Hof von Bauer Wand führt von der Waschküche ein solcher Erdstall in die Tiefe. Sein Vater entdeckte den Fluchtstollen, als eines Tages Wasser im Kartoffelkeller stand und plötzlich im Erdboden versickerte. Durch einen schmalen Schacht gelangt man in die Höhle, die schon im Mittelalter vermutlich für Kultzwecke aus dem Fels geschlagen wurde. Tastlöcher in den Wänden dienen zur Orientierung in der Dunkelheit. Rund 300 Meter windet sich das Labyrinth in engen Schlupfröhren durch die Erde. Ob sich damals hier unten Menschen versteckt haben? Der Krieg sollte den Krieg ernähren. Wie kein anderer wurde er auf dem Rücken der Bauern ausgetragen, denen selbst nichts blieb. Wie mag es gewesen sein, wenn die feindliche Soldateska wie ein monströser Insektenschwarm auf ein Dorf anrückte? Eine Meute von hungrigen, ausgebrannten Söldnern, die wogende Felder zermalnte und nichts als verheertes Land zurückließ. Dieser Erdstall in Perk wurde für ein ganzes Dorf gebaut. Man kann sich heute noch vorstellen, wie es war, wenn die Bauern vor der rasenden Wut der Soldaten in das stickige Labyrinth flüchteten. Es durfte sich kein Mensch blicken lassen. Sie nahmen die Leute gefangen und schleppten sie in ihr Lager. Sie wurden geschlagen und getreten, mussten sich mit Lösegeld freikaufen. Vor der Gewalt der tobenden Landsknechte sind sie hier unten geschützt. Was bleibt, ist die Angst nach dem Durchzug der Truppen, dort oben nichts als Trümmer und Asche zu finden. Sie schnitten das Korn auf den Feldern, trieben das Vieh davon, rissen die Dächer ein, alles musste mit ihnen. Wenn sie einen Menschen antrafen, so war es ein Wunder, wenn er davon kam. Ach, wie viele Frauen und Mädchen wurden geschändet, wie viele Leute ums Leben gebracht. Hungersnöte und Seuchen folgten den Truppen. Bauern und Soldaten waren Todfeinde im Dreißigjährigen Krieg. Für das, was ihnen und ihren Familien angetan wurde, rächten sich viele Bauern ohne Erbarmen. Immer weiter eskalierte die Spirale der Gewalt. Zum Krieg gegen das eigene Land und die eigenen Leute. Am Schluss ging es für die meisten Söldner vermutlich nur noch darum, irgendwie zu überleben, irgendwie durchzukommen. Und sich zur Wehr zu setzen, nicht nur gegen den Feind, sondern zum Beispiel gegen Bauern, die sich zusammengerottet hatten und ihrerseits auf Selbsthilfe aus waren. Das heißt, man kämpfte mit allen Mitteln und musste irgendwie noch durchkommen. Und ich denke, dass diese Faktoren, dieses direkte Gewalterlebnis und der Kampf um die eigene Haut zu dieser beispiellosen Verrohung geführt haben. Gegen Ende wollte er Heilendes tun, schrieb ein berühmter Historiker über Albrecht von Wallenstein. Erkannte er im Angesicht des wachsenden Elends den Fluch der eigenen Tat. Eigenmächtig beginnt der kriegsmüde Feldherr, mit den protestantischen Mächten zu verhandeln. Man lasse mich machen, soll er gesagt haben. Wallenstein schickt Sendschreiben in die gegnerischen Lager. Doch über seine genauen Pläne ist außer Gerüchten und Spekulationen kein einziges Schriftstück erhalten geblieben. Taugte der unnahbare Fürst überhaupt zum Diplomaten? Wie konnte sich ein Feldherr die Rolle des Staatsmannes anmaßen? Er war ein Faktor im großen Machtspiel, weil er über eine große Armee verfügte und konnte über Frieden als Staatsmann, als Politiker verhandeln und über andere Dinge, weil er hinter sich Kanonen hatte und Piken. Und darin lag seine Rolle als Staatsmann auch zu agieren. Wer die Armee in seinen Händen habe, könne den Frieden diktieren, soll er einem schwedischen Gesandten gesagt haben. Will sich der große Condottier am Ende mit dem Feind verbünden und mit der Schlagkraft der vereinten Armeen den Kaiser entmachten? Will er sein Heer als Druckmittel nutzen, um König von Böhmen zu werden? Man fürchtet seine militärische Macht. Doch inwieweit kann Wallenstein auf sein gewaltiges Heer überhaupt noch setzen? In dem verheerten Land finden die fressenden Kolosse aus Abertausenden von Soldaten kaum noch Proviant. Die Suche nach Nahrung bestimmt den Verlauf ganzer Feldzüge. Wie Furien des Hungers vagabundieren die Trosse durch das einst blühende Reich. Wie erging es den einfachen Söldnern in dieser trostlosen Zeit? Den stolzen Landsknechten der ersten Kriegsjahre gleichen die verwahrlosten Lohnsoldaten längst nicht mehr. Viele kommen nie ins Gefecht und sterben doch elendig an Hunger und Entbehrung. Der Traum vom Aufstieg im Unternehmenkrieg ist längst zerronnen. Es geht nur noch ums nackte Überleben. Unter den Söldnern blüht der Aberglaube. Die Männer wollen sich fest oder gefroren machen, wie es im Lagerjargon heißt, unverwundbar sein. Sie stecken sich Bleikugeln mit eingeritzten Kreuzen oder gebrauchte Henkerstrecke in den Wams. Letzter Halt in einer haltlosen Welt. Gewalt regiert ihren Alltag. Mancher möchte fliehen. Es ist ein Krieg, in dem sie das Weiße im Auge des Gegners erblicken. Für die einfachen Soldaten ist das Ende allgegenwärtig. Jeden Tag kann das Schicksal sie treffen. Er ist unter den Männern der einzige Gefrorene. Ein Auserwählter, fest gegenüber dem Tod. Wie durch ein Wunder überlebt Peter Hagendorf das Kugelgewitter der Schlachten, Hungersnöte, Pest und Ruhrgewalt. Mehr als zwei Jahrzehnte lang. Was er erlebt, notiert er in sein Tagebuch. Da haben wir brav mit Kanonen gespielt. Doch der Allmächtige hat mich behütet. Mir ist kein Finger verletzt worden. Ansonsten ist keiner ohne Schaden geblieben. Einmal bin ich durch den Bauch vorne durchgeschossen worden. Zum anderen durch beide Achseln, sodass die Kugel ist in dem Hemd gelegen. Also hat mir der Feldscher die Hände auf den Rücken gebunden, damit er hat Können den Meißel einbringen. Die Operationsmethoden der Feldchirurgen muten uns heute barbarisch an. Nicht nur die Entfernung von Kugeln. Sogar Amputationen mussten die Verwundeten ohne Narkose aushalten. Für uns ist es heute kaum vorstellbar, die höllischen Schmerzen solcher Torturen zu ertragen. Mit glühenden Eisen oder siedendem Öl brannten die Feldchirurgen die Wunden der Schussverletzten aus. Eine todbringende Prozedur, die vermeintliche Vergiftungen durch Pulver und Blei kurieren sollte. Ein Söldner im 30-jährigen Krieg hat eine Amputation des Beines oder des Arms sicher genauso wenig ausgehalten, wie wir das heute können. Der Schmerz muss so erheblich gewesen sein, dass das Schockerlebnis ihm das Bewusstsein raubte. Er wurde bewusstlos. Und ab diesem Stadium dann hat er von den Schmerzen kaum noch was gemerkt, beziehungsweise gar nichts mehr gemerkt. Es gab Versuche, wenn es dann möglich war, ihm den Schmerz etwas zu erleichtern. Das probateste Mittel war eine halbe Flasche Brandwein und ein Stück Leder zwischen die Zähne. Ich möchte es nicht erleben und ich weiß nicht, inwieweit das dem Söldner wirklich geholfen hat. Um Geschosse im Körper der Verwundeten aufzuspüren, benutzte man Kugelzangen. Einige dieser speziell geformten Instrumente gehören zum Inventar des Museums für Medizingeschichte in Ingolstadt. Beim Einsatz der Zangen brachten die Könner ihrer Zunft den Patienten in jene Haltung, die er im Augenblick seiner Verwundung innehatte. So war es leichter, dem Schusskanal zu folgen, zur Kugel vorzudringen und sie langsam aus dem Gewebe herauszuschrauben. Das Ausbrennen der Wunden führte fast immer zu heftigen Entzündungen und Fieber. Die heilende Wirkung, die man dem Brenneisen zuschrieb, war ein fataler Irrglaube. In den Brandwunden vermehrten sich Keime, die lebensgefährliche Infektionen verursachten. Das einzige Mittel gegen den Wundbrand war die Amputation. Antibiotika gab es im 30-jährigen Krieg noch nicht. Die Amputationssäge ist bis heute das Sinnbild des Schmerzes, den die Söldner in den Feldlazaretten erdulden mussten. An der Wehrtechnischen Erprobungsstelle in Meppen lassen wir untersuchen, welche Wunden die handgefertigten Waffen des 30-jährigen Krieges verursachten. Beschossen wird ein Block aus Gelatine, deren Festigkeit menschlicher Muskulatur entspricht. Die Probe wird mit Stoff bespannt. Die Waffentechniker justieren die grellen Scheinwerfer für die Hochgeschwindigkeitskamera. Mit 1500 Bildern pro Sekunde wollen die Experten sichtbar machen, was das menschliche Auge nicht sehen kann. Was passiert, wenn das Geschoss in den Gelatineblock, sprich den menschlichen Körper, eindringt? Das Staccato der Hochgeschwindigkeitskamera erscheint als Film auf dem Monitor. Der Moment des Aufpralls wird zur Zeitlupe gedehnt, in der mancher Getroffene den Todesschuss erlebt haben mag. Die Kugel erzeugt einen Krater von doppelter Kalibergröße, rund 36 Millimeter. Rund um den Schusskanal sind massive Zertrümmerungen sowie verstreute Partikel zu erkennen, Verunreinigungen durch den Stoff, der tief in die Wunde gerissen wurde. Eine schwere Infektion ist programmiert. Der Vergleich mit der Hightech-Waffe G36 Kaliber 6 Millimeter. Der Eintritt erfolgt mit weit höherer Energie und führt zu einem glatten Durchschuss. Rund um den Schusskanal sind kaum Verunreinigungen durch Stoffpartikel zu erkennen. Im Dreißigjährigen Krieg muss man sich vorstellen, dass die Geschosse, die abgefeuert wurden, große, unrunde Geschosse, abgefeuert aus nicht gedrehten Läufen, ganz erhebliche Zertrümmerungen der Weichteile und der Knochen herbeiführten, wie wir sie heute aus den normalen Pistolen oder Gewehrgeschossen eigentlich nicht mehr kennen, wo es zu glatten Durchschüssen meistens jedenfalls kommt. Diese ganz massive Zertrümmerung von Gewebe mit entsprechenden Geweberesten, die in der Wunde liegen, das war der ideale Nährboden für die nachfolgende schwerste Wundinfektion. Wallenstein will seine Armee nicht aufs Spiel setzen, als der Kaiser ihn zu einem Winterfeldzug zwingen will. Seine Offiziere stehen mit ihrem Eid hinter ihm. Doch wie weit geht ihre Loyalität? Ist in diesem Kreis die Rede von einem Bündnis mit der protestantischen Seite, von einem Putsch gegen den Kaiser? Einer von ihnen sollte Wallensteins Lage zu Nutzen wissen, um selbst den Platz an der Spitze des Heeres einzunehmen. Welcher der Getreuen wird das Gelöbnis brechen? Oktavio Piccolomini. Er glaubt, die wahren Pläne des Generalissimus zu kennen. Er ist Kommandant von Wallensteins Leibgarde und seiner Elite-Reiter. Einer der wenigen, denen der misstrauische Feldherr vertraut. Piccolomini schickt Wallensteins Kürassiere mit einem Denunziantenbrief nach Wien. Das Schriftstück ist bis heute verschollen. Doch Professor Kampmann zeigt uns einen Bericht, der Auskunft über die schweren Beschuldigungen gegen Wallenstein gibt. Es ist ein Schreiben eines Hofrates, dem Piccolomini selbst enthüllt hat, was er über den Friedländer erfahren haben will. Die Vorwürfe münden in einem zentralen Vorwurf, der auf dieser Seite steht. In Sommar Friedlandus exerzie allbereit das Amt eines Königs in Böheim. Das heißt nichts anderes, als dass Wallenstein selbst danach strebe, die Macht in Böhmen zu übernehmen, damit die Macht des Kaisers zu zerstören, mithin Hochverrat zu begehen. Und diese Nachricht eines eng vertrauten Wallensteins, der Piccolomini war, zusammen mit den Mitteilungen über den Pilsner Revers, die lösten am Kaiserhof jene explosive Stimmung dann aus. Ins Unermessliche wächst die Angst, der Generalissimus könnte seine Truppen gegen den Kaiser mobilisieren. Wie gefährlich ist Wallenstein wirklich? Er wird immer schwerer durchschaubar. Seine Verhandlungen enden in einem Labyrinth falscher Hoffnungen und Versprechen, Folge einer mysteriösen Krankheit? An den Rand seines Horoskops notiert er seine Leiden. Er litt an Gicht, bekam Pest und eine Art Malaria. Wissenschaftler aber spekulieren bis heute darüber, ob sein Geist von der Lustseuche Syphilis besessen war. Der Wiener Narrenturm, im 18. Jahrhundert eine Anstalt für Geisteskranke, beherbergt heute eine der berühmtesten anatomischen Sammlungen der Welt. Hier soll das Rätsel um die Krankheit des Feldherrn gelöst werden. Der Gerichtsmediziner Professor Christian Reiter ist Experte für die Analyse historischer Krankheitsfälle. Anhand von Knochen aus früheren Epochen untersucht er die Spätfolgen der Syphilis, mit denen zunächst die Gicht und die höllischen Schmerzen des Generalissimus erklärt werden können. Heute gibt es solche Fälle nicht mehr. Die Krankheit ist heilbar. Bei der Syphilis kommt es viele Jahre, manchmal erst zehn Jahre oder später, zu den Spätfolgen dieser Erkrankung. Es kommt zu einer Abhebung der Beinhaut, vor allem im Bereich der Schienbeine. Es kommt zu zusätzlichen Knochenanlagerungen. Das kann unerträgliche Schmerzen bereiten. Es sind Beschwerden aus dem Formenkreis wie rheumatische oder gichtähnliche Beschwerden. Und können diese Veränderungen an den Schienbeinen bis zu einer vollständigen Immobilität führen. Von den Gebeinen Wallensteins existieren Fotos, die auf diesem Monitor zu sehen sind. Bereits 1975 hat ein Prager Anthropologe seine sterblichen Überreste untersucht. Diagnose? Syphilis. Doch ist der bis heute umstrittene Befund aus der Sicht moderner Wissenschaft haltbar? Wenn man sich den Knochen des Wallensteins, das Schienbein des Wallensteins in der Publikation ansieht, sieht man die ursprüngliche Knochendicke und dann eine zusätzliche Anlagerung. Daraus können wir eindeutig erkennen, dass es sich hier um eine syphilitische Veränderung gehandelt hat und dass Wallenstein zum Zeitpunkt seines Todes an fortgeschnittener Knochensyphilis gelitten hat. Das Syphilis-Bakterium greift nach Jahren auch das Gehirn der Erkrankten an und setzt die progressive Paralyse in Gang. Die massive Zerstörung des Nervensystems kann Denkstörungen, extreme Reizbarkeit und Gewaltneigungen zur Folge haben und Größenwahn. Hat die Krankheit auch die Persönlichkeit Wallensteins geprägt? Seine Höhenflüge, seine ungezügelten Launen und seine Melancholie? Rund zehn Jahre nach der Infektion müssen sich bei ihm die Anzeichen der Paralyse bemerkbar gemacht haben. Verstrickte er sich deshalb in ein Gespinst widersprüchlicher Aussagen, die bis heute niemand durchschaut? Man darf wohl sagen, dass Wallenstein im Verlauf seines zweiten Generalates unglücklich verhandelt hat. Er hat allen möglichen Gesprächspartnern alles Mögliche versprochen, jedem dieses, dem anderen jenes, sodass am Ende überhaupt niemand mehr wusste, woran er bei Wallenstein war. Ja, man kann sagen, er hat sich in seiner Rolle als Friedensstifter und Diplomat wohl etwas übernommen. Die Unterschriften des Feldherrn aus unterschiedlichen Lebensjahren sprechen für eine mentale Störung. Aus der einst kunstvoll geschwungenen Signatur ist gegen Ende seines Lebens ein unscheinbares Gekritzel geworden. Besonders dramatisch sind die Veränderungen der Schrift in den Jahren 1633 und 1634 in der Zeit seiner Verhandlungen. Als Vertragspartner dürfte der schwerkranke Generalissimus wohl nicht mehr zurechnungsfähig gewesen sein. Wissenschaftler gehen davon aus, dass er kaum noch einen klaren Plan verfolgen konnte. In Wien eskalieren die Ereignisse, als Piccolominis Denunziantenbrief eintrifft. Der Kaiser beruft eine Krisensitzung nach der anderen ein. Ferdinand erklärt Wallenstein zum Reichsrebellen. Im Ächtungspatent beschuldigt er ihn der meineidigen Treulosigkeit und barbarischen Tyrannei. Wallenstein plane, das Haus Österreich zu stürzen und müsse mit Waffengewalt unschädlich gemacht werden. Das Urteil lässt der Kaiser in allen Reichsteilen bekannt machen. Zunächst sollte alles in strikter Geheimhaltung geschehen. Doch dann setzt der Kaiser eine ganze Kette von Aktionen in Gang. Er muss die Armee auf seine Seite ziehen. Wallenstein soll in Pilsen dingfest gemacht werden. Mit Prämien und persönlichen Sendschreiben schickt Ferdinand Kuriere in die Feldlage, um die Truppen für sich zu gewinnen. Mit der Verhaftung Wallensteins betraut er ihn, Octavio Piccolomini. Ein erst heute entdecktes Dokument belegt die öffentliche Strategie des Kaisers. In Wien herrscht in diesen Februartagen ein Klima der Angst. In der Ständeversammlung am 20. Februar geben die kaiserlichen Räte Auskunft über die schweren Beschuldigungen, die gegen Wallenstein erhoben werden. Und in der Sitzung herrscht nackte Empörung und Angst über diese Anschuldigungen. Einer der Ständevertreter, der Herr von Greis, ruft in der Sitzung aus, das, was man gerade gehört habe vom Kaiser, das sei nichts anderes als eine Kriegserklärung. Das heißt, man rechnete mit einer militärischen Konfrontation zwischen den Truppen Wallensteins und jenen Truppen, die dem Kaiser noch geblieben seien. Im Institut für Presseforschung in Bremen sind bis heute Zeitungen aus jenen Tagen erhalten geblieben. In den Blättern kursieren wilde Spekulationen und Falschmeldungen über die undurchsichtigen Aktionen Wallensteins. Die Meldungen belegen die Nervosität, die in politischen Kreisen herrscht. Ein Bericht feiert seinen Übertritt zu den Evangelischen. Er habe sich mit zwölf Regimentern vom Kaiser separiert, mit Piccolomini geschlagen und Hunderte erlegt. Nur so viel ist sicher. Zu Beginn hat der Krieg ihn zum heimlichen Kaiser gemacht. Und am Ende will er mit der Macht seines tausendköpfigen Heeres noch einmal seine Stärke demonstrieren. Noch glaubt er seiner Armee hinter sich. Am Weißen Berg, dort wo mit einer großen Schlacht alles begann, will er seine Truppen zu einem Generalrendezvous versammeln. Doch die letzte Parade scheitert. Die Soldaten verweigern dem Generalissimus den Befehl. Dem Kaiser ist es gelungen, sie gegen Wallenstein zu verschwören. Als er von seiner Ächtung erfährt, begibt er sich mit seinen letzten Getreuen auf die Flucht. Er will Schutz bei den Sachsen suchen, seinen einstigen Gegnern. Das Böhmische Eger. Im Winter 1634 das letzte Quartier des legendären Feldherrn. Hinter diesem Fenster ereignet sich der dramatische Schlussakt im Leben Wallensteins. Hier wartet der schwerkranke Kriegsherr auf Waffenhilfe durch seine früheren Feinde. Er schickt einen Kurier an den Kommandanten der Schweden. Der Condottiere will die Fahnen wechseln. Doch niemand traut ihm mehr. Zu tief hat er sich verirrt im undurchsichtigen Labyrinth seiner Verhandlungen. Gepeinigt von den Schmerzen seiner rätselhaften Krankheit sucht der gefallene General hier Schutz, gejagt von seinen Mördern. Jeder Laut quält ihn. Von draußen vernimmt er Stimmen und Schritte, die näher kommen. Wallenstein tritt ans Fenster, als die Mörder in sein Zimmer eindringen. Ahnt er, was kommen würde? Der Feldherr erbittet Quartier, das letzte Flehen des Soldaten um Gnade in der Schlacht. Ein Augenzeuge hat diese Skizze vom Tatort gemacht. Das Todesurteil wurde auf Befehl des Kaisers vollstreckt. Über die Schuldfrage streiten Historiker bis heute. Mit dieser Partisane wurde der vermeintliche Verräter erstochen. Die Mordwaffe wird in Eger aufbewahrt. Fast nichts ist geblieben vom Leben Wallensteins. Nur ein reich bestickter Spitzenkragen, der vom Standesbewusstsein des Fürsten zeugt. Ein paar Lederstiefel, mit denen er in die Schlacht gezogen sein muss. Heute zählt der große Feldherr zu den rätselhaftesten Persönlichkeiten der deutschen Geschichte. In Bergen von Akten über den 30-jährigen Krieg finden sich keine persönlichen Aufzeichnungen, kaum ein authentisches Fragment seines Denkens. Befragen wir ein letztes Mal sein Horoskop, das bezeichnenderweise in der Akte Friedenssinn ist. Was ist das beste an dieser Geburt, das Jupiter Hoffnung macht? Mit reifem Alter werden sich die meisten Untugenden abwätsen und seine ungewöhnliche Natur wird zur Verrichtung von hohen, wichtigen Sachen tauglich sein. Welches Schicksal hätte man den Menschen ersparen können, wenn man seinen wagen Friedensideen gefolgt wäre? Noch 14 Jahre sollte der Krieg weitergehen. Das Elend der Söldner haben Maler in eindringlichen Zeichnungen festgehalten. Immer mehr Krüppel prägen das Bild der Straßen, je länger der Krieg währte. Jene Männer, die für den Krieg nicht mehr taugten, als krank, als marode galten, erwartete oft ein gewaltsamer Tod. Ein berühmtes Werk des Malers Jacques Calot erinnert an ihr Schicksal. Es ist bis heute ein Sinnbild für die Abgründe und Schrecken des großen Krieges. Der Galgenbaum zeigt eine Hinrichtung verstümmelter Menschen, jener berüchtigten Marodeure, die ihre Existenz nur noch durch Betteln oder Ruhegewalt sichern konnten. Wir haben es hier mit strangulierten Menschen zu tun, die nicht Soldaten sind. Ein genauer Blick zeigt uns, dass wir es hier mit Krüppeln, mit verstümmelten Menschen zu tun haben. Es ist die Schlacke dieses Krieges, die ausgebrannten, nicht mehr kriegsbrauchbaren, deren sich die Armee entledigte, weil sie die Nahrungsgrundlage derer, die noch kämpfen konnten, unnötig beeinträchtigt haben. Es ist die tödliche Rationalität dieses Krieges, sich derjenige gewaltsam zu entledigen, die nicht mehr als Soldaten ihre Leistung bringen konnten. Unter den Folgen des Krieges litten Land und Leute noch viele Jahre nach seinem Ende. Immer mehr Gegenden wurden von schweren Hungersnöten heimgesucht. Die Menschen aßen, was sie im Wald noch finden konnten. Gräser, Rinden, Eicheln und Wurzeln. Ein Stück Brot bekamen viele nur alle halbe Jahre zu sehen. Längst war das letzte Vieh verziert. Selbst die Hunde und Katzen. Hunger und Seuchen forderten mehr Opfer als die schrecklichsten Schlachten. Die Not war so groß, dass die letzten Tabus gebrochen wurden. Auf den Friedhöfen bettelte mancher Verzweifelte um frisch verstorbene Leichen. So die Chronik eines schwäbischen Schusters. Es war die Zeit der Wölfe, die hungrig durch die Dörfer zogen. Jene Zeit, als der Mensch selbst zur reißenden Bestie verkam. Man hörte von Menschen, die das Fleisch der Toten mit ihren Zähnen zerrissen, um das eigene jämmerliche Leben zu retten. Wissenschaftler halten solche Berichte über das unendliche Grauen des 30-jährigen Krieges für glaubwürdig. Er war der Krieg aller Kriege. Man muss sich mal klar machen, dass damals auf deutschem Boden mehr Menschen starben als in jedem anderen Krieg vorher und nachher. Bis heute. Die Menschen nahmen wahr, dass ganze Gassen ausgestorben sind. Eine Stadt wie Augsburg hatte vor dem Krieg 45.000 Einwohner. Eine Volkszählung am Ende gibt gerade noch 16.000 Einwohner. Man hat versucht, Spuren dieser kollektiven Traumatisierung wiederzufinden. Zum Beispiel in der Tatsache, dass gerade in solchen Gebieten man sich weniger um das Leben kümmerte. Und zum Beispiel eine höhere Kindersterblichkeit über Generationen hinaus blieb. Dass er ein Urerlebnis gewesen sein muss für die Generation des Krieges und die Generation danach, das steht außer jedem Zweifel. Er überlebte das Inferno, der Söldner Peter Hagendorf. Acht Kinder und die erste Frau raubte ihm der Krieg. Was aber machte ein Söldner, wie er als endlich Frieden war? Er begann den Krieg in schnörkelloser Reinschrift aufzuschreiben. In seinen Gedanken durchlebte er alles noch einmal von vorn. Und er zog weiter auf seinem Marsch, der ihn 25.000 Kilometer kreuz und quer durch Deutschland führte. Wie er im Frieden lebte, wissen wir nicht. Mit dieser Urkunde wurde der Krieg nach einem sieben Jahre langen Verhandlungsmarathon endlich beendet. In Münster und Osnabrück unterzeichneten die Gesandten aller Parteien den westfälischen Frieden. Fortan konnte kein Potentat mehr Anspruch auf eine europaweite Alleinherrschaft erheben. Das Abkommen gilt als Meisterwerk der Diplomatie. Erstmals einigte man sich auf ein Prinzip völkerrechtlicher Gleichheit. Im ganzen Reich und in vielen Teilen Europas läuteten die Friedensglocken. Die Menschen feierten das Ende des großen Krieges mit Dankgottesdiensten und Ehrenbanketten, mit Feuerwerken und Kanonenseifen. Mit dem westfälischen Frieden wurde der Glaubenskrieg in Deutschland für immer beendet. Die Fanatiker wurden entmachtet. Nie wieder sollten Kirchen im Namen der Religion in Flammen aufgehen. Es wurde eine konfessionelle Landkarte festgelegt, die bis heute erkennbar ist. Eine ganze Generation, geboren im Krieg, erlebte den Frieden zum ersten Mal. Viele haben ihre Erden die Nachwelt bewahrt. Niemals sollte sich wiederholen, was damals geschah. Wie in der Dämpfe des Päts Bitcoinultus Creationskrieg oder止iert sind, die dann auch noch etwas geschah. Wie in der Dämpfe des Pätschern aufgehen, Wie in der Dämpfe des Pätschern被raten wird da, Ich glaube, dass die Dämpfe des Pätschern aufgehen.